Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu Europa Universal S4, das Sultanat von Malakar. Wir sind fast soweit, den nächsten Krieg gegen Ache zu führen und ihn dann endgültig zu unterwerfen. Was brauchen wir dafür? Hauptsächlich noch ein paar mehr Truppen. Sie haben 5000 Mann, wir haben 7000 und natürlich das Ende des Waffenstillstands, das ist Ende August, Anfang September. Eins, zwei und einen dritten wollen wir dann auch noch bauen, soweit wir das nötige Kleingeld dafür haben. Es haben sich ein paar Rebellen hier erhoben, aber leider nicht die, die wir unterstützen. Also die malaysischen Patrioten, die sich mit Malakar verbinden wollen, sondern die Patani-Patrioten, die ihren eigenen Ideen nachhängen. Heißt nicht, dass wir sie nicht auch unterstützen würden, aber da warten wir noch auf, ob sie erfolgreich genug sind, dass sie sich lohnen würde. So, den Lohn von Längern, also das ist den Kredit von Längern, wir. So, drei mehr, dann haben wir 10.000 Mann, doch jetzt so viele wie Ache, ich denke, damit kommen wir ganz gut hin. So, wie viele Leute ist, ja im Moment ist immer noch nur Chumper in der Koalition gegen Ayutaya, ähm, ich denke, jetzt wo Lang Chang aufgeben muss. Oh, was war jetzt los? Äh, Frieden. Zwischen Daiwet und Lang Chang, Lang Chang zahlt 40 Dukaten und das war's, ja gut, okay. Ich hätte gedacht, Daiwet will ein bisschen mehr von denen und will hier dieses Stück Land haben oder so. Ja, uh, die sind groß gewachsen, die sind richtig groß gewachsen. Das habe ich fast befürchtet. Und sie dürften aber in die Koalition gegen Ayutaya eintreten. Denke ich zumindest, und dann nähert sich der Zeitpunkt, wo wir Krieg gegen Ayutaya dann auch führen können. Früher oder später. Noch nichts. Mir fehlt noch so die Funktion, dass man hier etwas, ähm, ein Land als besonders interessant markieren kann. Wir haben Mai, also setzen wir den Armeehaushalt hoch. Marschieren unsere Truppen nach, äh, Aru. Ja, vielleicht nicht ganz nach Aru, wir wollen sie nicht zu misstrauisch machen. Ich weiß nicht, inwiefern die KI hier, ähm, besser ist, wenn man es auf Hart setzt und sowas dann gleich richtig einordnet. Wirst wahrscheinlich nicht, aber ich gehe auf Nummer sicher, denn ich habe wirklich erlebt, die KI ist auf Hart wesentlich gemeingefährlicher. Ich hoffe, dass zumindest diese kleine Provinz hier, ähm, zu den Feinden überdritt. Wir hören fürs Erste auf, die Rebellen zu unterstützen und schicken dann gleich einen Diplomaten los, der die Rebellen unterstützt, die tatsächlich unterwegs sind. So, dass wir nach Möglichkeit, ähm, da vielleicht einen freundlichen kleinen Nachbarstaat gründen können, den wir an uns binden können. Ach, und ich habe einen, äh, neuen General eingestellt, äh, Sam Agi Tsufiki, mit den fünf zusätzlichen Militärtraditionen, die wir erhalten haben durch das Erfüllen unserer Mission, äh, bauen eine Armee auf. Und der ist wirklich mal fähig. Nicht unbedingt, was Belagerungen betrifft, das kann bis jetzt nur unser Herrscher, aber der Rest ist wirklich ganz gut. Da kann ich mich nicht groß beschweren. Oh, ah, okay, super. Ähm, wo ist unsere Flotte? Wir haben noch Juli. Äh, sie segeln wohin? Straße von Malaka, äh, Kurs von Sarwak. Juli, August, ja, wenn wir irgendwie schaffen, mit ihnen mitzuhalten oder sie einzuholen, dann könnten wir diese 2000 Schiffe sofort vernichten. Ähm, unterstützte Rebellen, Lanan-Nationalisten sind sehr gut, Patani, da brauchen wir nicht viel dazu geben, das ist nur, falls sie es schaffen. Okay, wir lassen unsere Schiffe mal da stehen. Vielleicht funktioniert es ja. Da unten kommen sie raus. Also ich denke, es ist relativ klar, ich versuche, den Krieg zu erklären und dann bereits meine Flotte in, äh, Angriffsposition zu haben. Das wären zwei leichte Schiffe, die wir aus dem Spiel nehmen könnten und dann hat unsere Flotte wesentlich bessere Chancen... Oh, bleib da, bleib da, bleib da. Wesentlich bessere Chancen, äh, ne, im Krieg zu gewinnen, zu planieren. Nein, Moment. Da hin und dann 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 da hin. Und vielleicht erwischen wir irgendwo eine Flotte von ihnen. Wir wissen wahrscheinlich nicht. Okay, wir sind in, äh, bereit, Krieg zu führen. Aber da wir noch nicht ins Minus laufen, will ich noch ganz kurz warten. Oh, Patani-Nationalisten, 13.000, bitter. Straße von Malacca, du bleibst da stehen und sobald das Schiff dort angekommen ist, am 5. September jetzt. Implomatie, ähm, oh, shit, ich hab natürlich nicht nachgedacht. Ähm, Ayotaya, wir müssen den hier abziehen. Ach, verdammt. Wenn mir sowas passiert, dann könnte ich mich immer so richtig selber beißen. Straße von Joho. Die können nach oben marschieren. So, und danach gehen sie in die Malayan Sea Zone. Und dann hoffentlich ins Mekong-Delta. Oh ja, oh ja, oh ja. Da können wir sie einkesseln, wenn unser Diplomat schnell genug ist. Ach, komm jetzt. Schneller, schneller, schneller. Worin geht's da nach? Ähm, Malayan Sea Zone. Also gehen wir gleich wieder da runter. Ha. Das wirkt jetzt ein bisschen doof, aber ich glaube, es ist wirklich, äh, es könnte was bringen, wenn wir die Schiffe rausnehmen. Karimé da unten. Und dann Christmas Islands. Äh, eine Enklave der Ungläubigen. Eine kleine Enklave, also eine kleine Siedlung der Ungläubigen, äh, lebt direkt unter uns in Malacca. Und sie wollen einfach nicht konvertiert werden. Wir könnten sagen, äh, wir vertreiben sie, aber ich sag mal, wir lassen sie in Ruhe, nehmen das Gold und verlieren die Pietät. Jetzt schauen wir mal. Ob wir jetzt schon Marni allein? Ne. Hm, okay. Aber anscheinend auch noch kein nicht mehr Boni. Interessant. Christmas Islands, da unten. So, und wir warten, und wir warten, und wir warten. Jetzt schauen wir nochmal nach. Okay. Man erhält also nichts davon, wenn man noch mehr, äh, oh, Moment. Oh, Pause, 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 Pause. So. Ah, tschee. Ähm, wir erklären den Krieg. Da unten sind wir im Kampf. Ihre Moral ist auch von den Schiffen gleich unten. Hoffentlich erobern wir vielleicht auch eins. Nein, und wir haben auch keins zerstört. Muss man wahrscheinlich nicht ganz verstehen. So richtig weiß ich nicht, warum man, äh, dann manchmal keins zerstört. Ich meine, wir hatten jetzt keine Moral. Oder vielleicht war das auch das Problem, dass die Moral so niedrig ist, dass sie geflohen sind, bevor wir eins zerstören konnten. Das könnt ihr mir vorstellen. Würde so etwas Sinn machen. Truppen abspalten. Wir müssen, äh, sofort nach da unten. Und diese 1000 Mann auf der Stelle vernichten. Äh, beziehungsweise wir schicken erstmal einen hier hin. Lassen dort wieder ein paar Truppen zurück. Und dann geht's weiter. Solange wir ihre Schiffe gedrennt halten können, ist das alles kein Problem. Hier oben haben sie zwei schwere Schiffe und zwei Transporter. Das könnten wir also allein durch Masse mitmachen. Sind unsere Schiffe schwer beschädigt? Noch nicht. Oh, die bauen hier schon eine ganz gute Armee auf. Wenn wir die jetzt zurücklassen, dann haben wir noch eine Armee von 5000 Mann. Auch wenn es da vier steht, es sind, äh, 4960. Das sehe ich als fünf. Ab 0,5 in 1000 dann letztmal gerechnet, wird aufgerundet. Wenn die Geschwindigkeit passt, ähm, dann müssen wir nur noch schnell genug Truppen auf diese Insel da schicken, bevor man uns daran hindern kann. Im besten Fall schicken wir ihre Flotten da hoch, um uns dann daran zu hindern. Wir machen einen Plus von 1,49. Das heißt für mich, ich werde noch einen Fußsoldaten ausheben, 1000 Mann, und sie auf Ben Kullen stellen. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Sollte auch alles so klappen. Hoffe ich. Ähm. Noch hat Ayutthaya keinen Anspruch auf meine Provinzen. Noch scheinen die Revellen nicht besiegt. Ja, sie sind verschwunden. Besiegt sind sie... Ah, nein, da unten sind sie. Gut. Ähm. Mein Gott. Diese Verfolgungsjagden, ich habe es glaube ich schon oft genug gesagt, die nerven mich wirklich richtig an. Sollten sie sich auf diese Insel retten, könnte das leicht problematisch für uns werden. Dass diese Pantani-Nationalisten das alles wollen, das gefällt mir nicht ganz so. Aber ich hoffe, dass wir die friedlich integrieren könnten. So, wir kommen dort an, am 20. Februar, am 19. Februar. Sie schaffen es also tatsächlich auf die Insel. Minder positiv, suboptimal, wie man auch so schön sagt, so gerne sagt. Wir halbieren die Truppe und führen, wenn wir die nochmal halbieren, 1000 Mann darunter. Das müssten wir nur die hier rausnehmen und die wieder zusammenfassen. So, dann lassen wir sie erstmal auf ihrer Insel sitzen und stürmen dann die Insel ganz zum Schluss mit vereinten Kräften. Ja, ich denke, das dürfte ich hier hinhauen. 3000 haben sie jetzt da stehen, okay, kann ich mit leben. Wir haben hier oben 3000 Mann, alles Fußsoldaten, also Belagerung abspalten und da unten für Verstärkung sorgen. So, dass auch wenn sie dort viele Truppen ausheben, sie nicht unbedingt die Möglichkeit haben, da was zu tun. Hier oben keine Revolte, wundert mich. Und sie sind in der Koalition. Sie sind in der Koalition, ist noch jemand hier gegen euch? Champa Lang Chang und Shan. 1A. Das nächste Ziel ist ein Krieg gegen Ayutaya, auf jeden Fall. Und weil es für uns so gut läuft, können wir mal wieder ein paar Kredite zurückzahlen. Und eine noch. Ich muss das hier sehr vorsichtig und langsam machen. Und dann bauen wir noch eine Kogge. Und das war es dann erstmal wieder. Die Kogge dient natürlich dazu, um dann, wenn hier dieser friedliche Start entsteht und dieser hoffentlich friedliche und uns gut gesonnene Start von Patani, dass wir trotzdem Truppen auch landen könnten im Notfall, um dann eben in diesem Koalitionskrieg zu helfen und den Krieg recht gut voranzutreiben. Immer noch alliiert mit denen, okay. Aber Shan wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Und wenn wir dann noch Bengal dazu bekommen, das könnten wir jetzt schon mal gucken, wir wären noch nicht bereit. Okay, es reicht noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber könnte klappen. Ich glaube, der Plan steht und ich glaube auch, dass der Plan funktionieren wird. Es wird noch ein, zwei Folgen, vielleicht auch mehr dauern, bis wir soweit sind. Aber früher oder später kommt der Punkt und dann können wir uns unser Gebiet zurückholen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also Ziel wäre auf jeden Fall, Malakar zu kontrollieren, die Handelszone und vielleicht auch noch Siam. Hier den Ganges. Uh, Stabilität ist eingebrochen. Mustafa Shah Srivaya ist unser neuer Herrscher. Zumindest viele Diplomatiepunkte ist schon mal was wert. Wir können Sektenpraktiken denunzieren. Wir erhalten zehn Pietät und das Revoltenrisiko sinkt um eins. Ich schaue jetzt noch einmal nach. Ah, okay, jetzt würden wir die Boni gutgeschrieben bekommen. Allerdings Revoltenrisiko minus eins für immer ist mir wichtiger als Pietät, dass im Laufe des Spiels sich immer wieder mal ändern wird. Mal besser, mal schlechter. Den müssen wir auf jeden Fall auch gleich zum General machen. Mal schauen, was er drauf hat. Oh, können wir nicht. Ist er schon, okay. Das heißt, wir haben im Moment keinen Drohnenfolger. Sind ich das richtig? Nein, haben wir nicht. Autsch. Unsere Flotte scheint stärker zu sein als ihre, weil sie fahren nicht raus und greifen uns nicht an. Oder sie haben einfach Angst, dass wenn sie mit mir hier rausfahren, wir dann sie abschneiden. Es scheint also ganz gut zu funktionieren, so wie wir uns das gedacht haben. Nur die Belagerung könnte noch einen Ticken schneller sein, aber wir haben die Möglichkeit... Moment, einmal Stabilität steigern. Wir haben die Möglichkeit, irgendwann mal Kanonen zu bauen. Ganz so schlimm ist die chinesische Tech zum Glück nicht. Wir haben die chinesische Tech zum Glück nicht. Wir halten irgendwann sogar Schiefpulvereinheiten. Asien Arquebusier mit Level 12. Ob wir jemals Level 12 erreichen, weiß ich nicht. Ab 1511. Historisch gesehen wäre Malacar portugiesische Kolonie. Das wird jetzt hier nicht ganz so schnell gehen. Die KI und generell die Spielmechanik kolonisieren nicht so schnell, nicht so aggressiv. Es dauert alles sehr lange, bis man die nötige Reichweite und dergleichen hat. Aber früher oder später wird der Punkt kommen, wo die Europäer um die Ecke biegen und sagen, all den schönen Handel, den wollen wir für uns und ihn an sich reißen werden. Und ich habe es schon oft gesagt und ich sage es nochmal, einfach nur damit jeder weiß. Ich glaube nicht, dass wir da irgendetwas gegen tun können. Oh super, wir haben wieder einen Drohnenfolger. Schlecht in Sachen, ähm, gleich noch eine Klocke bauen und dann nochmal ein paar, ähm, Kredite abzahlen. Zumindest einen. Mal schauen, wie viel zahlen wir jetzt an Zinsen. 0,66, das ist schon eher nach meinem Geschmack. Ähm, wo war ich stehen geblieben? An den Handel, ähm, ah, ich habe den Faden verloren. Fällt mir vielleicht später wieder ein. Ich hoffe mal. Wenn nicht, dann tut es mir leid, falls es irgendwas Spannendes war. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo ich gerade war. Diese neue Drohnenfolger hat mich ziemlich durcheinander gemacht. Uh. Ayutaiya, Kmer, Sukutai, Daiwet und Pegu. Gegen Shanchampa und Taurungu. Oh. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut funktionieren wird. Wir werden es erleben. Äh, ich weiß gar nicht, haben wir noch einen Waffenstillstand? Ja, haben wir noch. Ähm. Bis 20. Dezember 53, also nicht mehr lange. Aber wir müssen erst einen Krieg rumbringen, bevor wir den nächsten starten können. So viel steht fest. Ich hoffe, dass hier langsam mal die Provinzen, äh, überdrehten zu diesem neuen Staat. Die Belagerung von Ache ist vorbei. Super. Dann hier unten nach Minka Kambau. Ähm, wir könnten mal gucken, dürfen wir denn... Ja, wir könnten sie komplett, äh, komplett an uns reißen. Das wäre drin, also annektieren und das werden wir auch tun. Als Vasall brauchen wir sie nicht, wir brauchen unsere eigene Kampfkraft. Oh, hier oben, ein Seegefecht. In der Tat, in der Tat. Ähm, wir dürften diese Seite hier sein mit den Meerschiffen. Ah, wir könnten gewinnen, aber es wird nicht ganz unblutig ausgehen. Die zwei hier holen sie irgendwie nicht dazu. Das hätte ich schon erwartet, dass sie das tun. Äh, die KI anscheinend noch ein paar Schwächen. Ich sag mal so, bei, äh, Europa Universales 4, oder generell bei Europa Universales und Paradox Titeln. Da muss man mal gucken, wie das Spiel dann in zwei Jahren so ist. Was sich dann alles getan hat mit den neuen DLCs. Die jetzt rauskamen, haben mich nicht so interessiert. Mich hat dieser amerikanische Unabhängigkeitskrieg einfach nie sonderlich, äh, heiß gemacht. Das war nie so mein Ding. Kein Schiff erobert und kein Schiff versenkt. Oh Mann, also unsere Flotte muss auf jeden Fall noch besser werden. Äh, wir können sie jetzt hier in Arche reparieren lassen. Hoffentlich, mal schauen. Ja, das ist auch gefallen. Dann marschieren wir unsere Armee nach Wengkulu. Sie versuchen ihre Flotte zu retten. Wir reparieren fleißig. Solange die aber angeschlagen ist, also so angeschlagen ist, wie sie eben ist, mache ich mir nicht viele Sorgen. Und sie haben dann nur noch einen Hafen zum reparieren. Sechs Schiffe gegenüber acht Schiffen. Wir können leider noch keinen Block bauen, dann würde das alles nochmal schneller gehen. Die Provinz ist auch gefallen. Jetzt belagern sie die dort. Nehmen wir mein wunderschönes Parag weg. Ich muss aufpassen, dass die nicht zu groß werden. Obwohl ich da herzlich wenig gegen tun kann. So ehrlich muss ich dann leider sein. Vier Kampfschiffe und wir haben sechs. Ja, über 50% müssen wir die Sachen auf jeden Fall bringen. Denn auch wenn wir sie jetzt in der Seeschlacht besiegen würden, jedes Schiff, das wir verlieren, schadet uns. Es hilft uns leider gar nicht, wenn wir jetzt eine Seeschlacht gewinnen, aber dabei zwei Schiffe verlieren. Das wäre dann möglich ein Pyrosieg. Zwar nicht in diesem Krieg, aber im nächsten, der uns bevorsteht. Gleichzeitig müssen wir sie unbedingt daran hindern, ihre Schiffe dann in den nächsten Hafen zu bringen. Also werden wir unsere Flotte hier in Palembang stationieren. Und sobald Benkulen fällt, können wir die Flotte rausfahren und hier die Seezone blockieren, sodass wir sie nicht reparieren können. 19 Gold, zahlen wir mal wieder einen Kredit zurück. Den hier und den hier. Noch 35, also es dauert seine Zeit, bis wir alle Kredite zurückgezahlt haben. Aber früher oder später werden wir es schaffen. Hier sind 2000 Mann. Heißt das jetzt, dass die hier den Krieg gerade verlieren? Das hier ist die Armee von Shan. Ein sehr friedlicher Krieg, ohne viel Action. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist. Schauen wir doch mal, wie groß die Armee von Aceh mittlerweile ist. Ob wir da schon direkt den nächsten Krieg, oder nicht von Aceh, von Ayutthaya ist. 3000 Mann haben sie noch, also es wird Zeit, dass wir zuschlagen. Und möglichst viel Land dann an uns reißen. Aber wir müssen erst einen Krieg zu Ende bringen. Zumindest de facto zu Ende bringen. Und wir sollten dann schon mal Geld sparen, für den Moment, wo dieser Krieg kommt. De facto zu Ende bringen heißt, wir sollten auf jeden Fall Ben Kulen belagert haben, und diese 3000 Mann beiseite gewischt haben, sodass wir das auch schon mal belagern. Wenn wir zumindest die beiden Provinzen noch für uns sichern können, dann denke ich, ist es noch kein Problem, den neu entstehenden Patani-Staat einzugliedern. Gerade wenn er diese Provinzen nicht bekommt, falls Ayutthaya die vorher noch an sich reißen kann. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also ich habe festgestellt, dass Unterstützung von Rebellen ist vielleicht die effektivste Waffe für den Anfang. Das Video wird aber gerade schon wieder ein bisschen langmärkig. Von daher bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin.